Fritz Repeater in Reihenschaltung, jetzt bei FRAG FRITZ. In unserem allerersten FRAG FRITZ haben wir euch gezeigt, wie man mit Fritz Repeater eine Kette aufbaut und im Rahmen unseres Summer of Mesh wollen wir das einfach nochmal neu auflegen mit den aktuellen Modellen und euch das nochmal zeigen. Vorab, wenn ihr mehrere Repeater in Reihe schalten wollt, dann achtet erstmal auf die Reihenfolge. Wichtige Regel, den leistungsstarken Repeater immer Richtung Fritzbox und dann mit den leistungsschwächeren nach außen weitermachen. Wenn ihr natürlich ein und dasselbe Modell verwendet, dann spielt das keine Rolle. Also mein Beispiel hier, wenn ich den 2400er habe, würde ich den erstmal der Fritzbox anmelden und dann zum Beispiel auch den etwas älteren 1750e, kann man ja auch weiterverwenden, oder auch den 1200er dann an dem 2400er anmelden, nicht umgekehrt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel schon den 1200er AX habt, das ist ja gar nicht so einfach zu sagen, welches ist denn jetzt der leistungsfähigere, da würde ich einfach schauen, wo ihr mehr WiFi 6 Geräte habt. Denn da macht es ja dann am meisten Sinn. Das heißt, wenn die WiFi 6 Geräte dann doch eher an dem ersten Repeater hängen, dann würde ich da den AX Repeater einsetzen. Wenn sie aber weiter entfernt aktiv sind, dann den 1200er AX entsprechend ans Ende der Kette. Ich habe bei mir schon mal was vorbereitet. Ich habe nämlich hier schon mal einen 2400er an meiner Fritzbox angemeldet. Ganz einfach per Knopfdruck. Und möchte jetzt den 600er, um nochmal eine Erweiterung zu haben für einfache Geräte, wie vielleicht ein Musikstreaming-Gerät, den nochmal an dem 2400er anmelden, um nochmal dieses extra Stück Reichweite zu bekommen. Tipp, wenn ihr den Repeater irgendwie schon mal im Einsatz hattet, vorher immer erstmal die Werkseinstellungen anladen. Macht es einfacher. Ist bei allen Repeatern gleich, einfach 15 Sekunden den Connect-Taster drücken, dann werden die Werkseinstellungen geladen und ihr seid sicher, dass ihr die richtigen Voraussetzungen habt, um jetzt die Kette aufzubauen. Und jetzt geht es los. Der 2400er ist schon mit der Fritzbox verbunden, in dem Fall über WLAN, Mesh steht. Was ich jetzt einfach mache, ich möchte den 600er an dem 2400er anmelden. Also drücke ich hier immer den Connect-Taster und einmal bei dem 600er. Die beiden verbinden sich jetzt miteinander, dauert einen kleinen Moment und dann steht erstmal die WLAN-Verbindung zwischen dem Fritzbox 600 und dem 2400. Als nächstes wollen wir dann aber noch die Mesh-Verbindung herstellen, denn jetzt wird erstmal nur die WLAN-Verbindung zwischen diesen beiden Geräten hergestellt. Das Mesh wird aber verwaltet von meiner Fritzbox. Und die Fritzbox muss den Fritz Repeater 600 ins Mesh dann auch reinlassen. Und deswegen, wenn die Verbindung erstmal steht, müssen wir nochmal bei dem 600er und der Fritzbox den Connect-Taster drücken, dass auch die Mesh-Verbindung hergestellt wird. Übrigens, noch ein kleiner Tipp, macht das am besten genauso wie ich, wenn ihr so eine Kette einrichten wollt. Platziert die Repeater möglichst nah beieinander und möglichst nah bei der Fritzbox, dass die Verbindung auf jeden Fall klappt und danach dann erst an den Bestimmungsort platzieren und da dann so ein bisschen darauf achten, optimale Positionierung, dass ihr wirklich eine gute Verbindung zwischen den beiden habt, eine gute Verbindung aber auch zwischen Repeater und Box. Nicht hinter Hindernissen, nicht in irgendwelchen Ecken, möglichst klare Sichtverbindungen, wenn es geht. Wir haben dazu ja auch einen Fritz Talk. Schaut da nochmal rein, auch wenn man es mit der App bestimmen kann, dass Repeater wirklich gut stecken. Denn wenn die nicht gut positioniert sind, dann bringt das Ganze nicht viel. Jetzt gucken wir mal hier in die Fritzbox-Oberfläche rein. Wir sehen also wunderbar, dass der Fritz Repeater 2400, war ja schon verbunden, Mesh-Verbindung steht. Der 600er hat die WLAN-Verbindung zum 2400er. Jetzt muss ich doch die Mesh-Verbindung herstellen. Ganz einfach. Ich drücke einmal an der Fritzbox den Connect-Taster. Und einmal an dem 600er. Und das passiert sofort. Wir sehen, zack, da ist das Mesh-Symbol. Jetzt ist der 600er auch im Mesh drin und eure Repeater-Kette ist voll im Einsatz. Also, kein Problem, wenn ihr mal mehr Reichweite braucht, nutzt einfach die Repeater, die ihr habt. Gerne auch ein älteres Modell, wenn noch vorhanden. Auch das könnt ihr mit dem aktuellen Fritz OS im Mesh nutzen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann wie immer ab in die Kommentare damit. Wenn ihr dabei seid, haut ein Abo, haut eine Glocke rein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.